Wo wir gestern ja beim kochen kochen waren, gibt es heute eine köhöchen, beziehungsweise sie macht koch wie hideous und da kenn ich nur eine ja, wer wird denn das wohl sein, hey! Hey Leute, was geht ab ruhig und willkommen hier zum 15. Türchen des Magitex 1819 Adventskalender. Das 15. Türchen, 5, 5 und nochmal 5, das 15. Türchen, let's go Leute. Ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende, heute ist ja Samstag, Start ins Wochenende, let's go Leute. Wir haben es fast geschafft Leute, fast ist Weihnachten Leute. Also ich freue mich sowas von drauf Leute, ich freue mich sowas von drauf. Let's go, 15. Türchen, bam bam. Und da haben wir, wer ist das? Wieder einen Bremer und okay, ich zeige euch das hier mal unten in der Nahaufnahme, wisst ihr, erkennt ihr, let's go. Das ist hier Makoto Hasebe von der Eintracht als Bundesliga-Momentkarte. Von der Eintracht, Bundesliga-Moment, Hasebe und dann haben wir noch Milut Rashica von Werder Bremen als Basekarte. Zwei Kärtchen wieder am Start, die natürlich Leute, ihr wisst wo die hinkommen, ne, ihr wisst wo die hinkommen und habt ihr auch, ähm, ja, wisst ihr auch, welchen YouTuber am Anfang, also am Anfang des Videos ich beschrieben habe. Wenn nicht, checkt das Intro nochmal aus, weil da habe ich natürlich den YouTuber B beschrieben. Gibt es ja täglich, Kärtchen kommt zurück. Morgen gibt es in der 16. Türchen und morgen haben wir auch schon, Leute, morgen ist der dritte Advent, morgen ist einfach schon der dritte Advent. WTF Leute, wie schnell vergeht diese Zeit, bitteschön. Wie schnell vergeht diese Zeit. Als hätte ich gestern hier Türchen Nummer 1 geöffnet. So kommt es mir vor. So kommt es mir vor. Morgen gibt es aber Türchen 16, Leute. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus. Wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen uns morgen wieder am Sonntag, Leute. Ich bedanke mich. Wir sehen uns. Haut rein und Tschüssi.